Am 4. Februar 1983 gingen Bilder eines Mannes um die Welt, der fast 40 Jahre nach Kriegsende endlich zur Rechenschaft gezogen werden konnte. Bei dem auf dem ersten Blick harmlos erscheinenden älteren Mann handelte es sich um Klaus Barbie, einen der grausamsten und sadistischsten Kriegsverbrecher der NS-Zeit, welcher zur damaligen Zeit als Schlechter von Lyon bekannt war. Klaus Barbie funktionierte sein Apartment in eine Folterkammer um und hielt dort sadistische Folterorgien an diversen unschuldigen Personen ab, welche zur reinen Belustigung über Tage massakriert wurden. Er folterte seine Opfer mit glühenden Eisen, Schneidbrennern, Elektroschocks, kochendem Wasser und diversen anderen Folterinstrumenten. Dabei waren seine Opfer teilweise sogar katholische Priester oder Kinder.